Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzgroko. Heute habe ich euch drei interessante Unternehmen aus China mitgebracht. Alle drei Unternehmen sind zudem auch unterbewertet und wir beginnen auch direkt mit dem ersten, das ist China. Land und Investment, die bauen, die verkaufen und vermieten Immobilien. Zudem haben sie das Ganze in China, aber auch in Indien. Also ein sehr hochinteressantes Unternehmen, eine Marktkapitalisierung von etwa 23 Milliarden Euro. So, wir schauen uns jetzt hier einfach mal an, wie ist das Unternehmen bewertet. Wir sehen erstmal hier, die Umsätze sind am steigen, die Nettomarge liegt über 20%. Der Gewinn pro Aktie ist auch am steigen und zudem gibt es eine solide Dividende, die Jahr für Jahr gezahlt wird. Wir können uns mal anschauen, wie sich das Ganze halt verhält. Ist zurzeit eine Dividende-Rendite von 5,1%, also ein enormes Cashflow aus China und die Ausstellungsquote liegt bei nur 22%. Das Ganze wird seit 17 Jahren angehoben, Jahr für Jahr. So, jetzt schauen wir uns mal die Bewertung an. Da habe ich ja gesagt, eine Unterbewertung existiert hier. So, wir nehmen uns mal hier den 21er vor. Und zwar, wenn wir das Ganze in Euro umrechnen, dann liegt der faire Wert bei 3,11 Euro. Und der Kurs, der liegt derzeit ein Drittel weniger bei etwa 2,18 Euro. Also, auf jeden Fall ein interessanter Wert aus China, wenn man Immobilien, ja, in Immobilien quasi investieren möchte. So, dann schauen wir uns hier einmal die Bewertung noch an. Das ist ja das, was die meisten immer wollen. Das bekomme ich bei Instagram immer per Nachricht, dass das immer sehr, sehr interessant ist. So, und zwar haben wir hier, machen wir mal das Ganze, wir machen mal so und dann auch noch die Hilfslinie mit rein. Dann werden wir feststellen, dass der Kurs eigentlich quasi immer, wir sehen hier, ja, immer am, 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 ja, der Kurs an fairen Werten sich orientiert hat. Oder andersrum auch natürlich, die waren immer eigentlich immer sehr beieinander. Mal überbewertet, mal unterbewertet. 2014 hatten wir hier, kann man sagen, eigentlich eine faire Bewertung. Dann ist einmal nach oben geschossen, eine Überbewertung 2015. Und dann im Nachhinein war es eine lange, lange Zeit fair bewertet bis 2019, 2000, ja, fast 2020. Und jetzt, das ist ein bisschen abgesagt. Wir befinden uns bei, wie eben gesagt, bei etwa 2 Euro sind es 20 Hongkong-Dollar. Und der faire Wert ist bei 30, etwa 3 Euro. So, und wenn wir das Ganze dann halt betrachten, dass wir das in den nächsten Jahren auch wieder einholen, den fairen Wert, dann hätten wir eine Renditeerwartung aufs Jahr gesehen von 27% aufs Jahr. Also, das ist schon enorm. Und die persönliche Dividendenrendite wäre dann 2023, sage und schreibe, wenn natürlich das Unternehmen weiterhin die Dividende ausschüttet und anhebt, bei 8,5%. Also, wenn das nicht Cashflow aus China ist, dann weiß ich auch nicht. So, also das erste interessante Unternehmen aus China, was eine Unterbewertung vorzuweisen hat und dazu auch noch eine sehr hohe Dividendenrendite. Dann haben wir als zweiten Wert aus der Industrie, da schauen wir uns auch erstmal den Qualitätscheck an, das ist China Railway. Und zwar, ja, alles was mit Schienen und auch Autobahnen zu tun hat, also ganze Infrastruktur mit, wie gesagt, also mit Eisenbahn, alles läuft über China Railway. Der Name sagt es ja auch schon. So, auch hier sehen wir Kursgewinne nach oben. Die Dividende wird auch ausgeschüttet, liegt derzeit bei einer Ausschüttungsquote von 15%, also auch sehr, sehr niedrig. 8 Milliarden Markkabilisierung in Euro und die Dividenderrendite beträgt auch hier fast 5%, also 4,8% auch nicht ohne. Die Nettomarge, die Kira hat natürlich etwas, nicht etwas, sondern um einiges niedriger, zwischen 2 und 2,5%. Die Umsätze sollen in den nächsten Jahren nochmal ordentlich ansteigen. Also alles in Ordnung und Infrastruktur wird gebraucht. Da China will ja auch weiterhin ihren Schienennetz ausbauen und da soll ja auch jede Stadt oder jede große Stadt miteinander auch verbunden werden. Und wie gesagt, also da ist auf jeden Fall Potenzial drin in diesem Unternehmen. Dann haben wir hier die Bewertung. So, schauen wir uns die mal an. Auch hier nehmen wir den 21er. Der faire Wert auf dem Gewinn basierend wäre bei 1,50 Euro quasi fast. Und der Kurs liegt jetzt bei 56 Cent. Also auch hier fast nur noch ein Drittel von dem Ganzen. Ja, also auch eine deutliche Unterbewertung vorzuweisen aus dem Unternehmen aus China. Natürlich ist China immer etwas Risiko. Man weiß nie, was in China los ist. Man sieht es ja auch jetzt mit Alibaba, teilweise mit Tencent. Also die Technologiewerte, die werden jetzt ein bisschen halt zurückgeholt von der Regierung. Das Risiko besteht immer in China. Aber auch Chancenpotenzial. China wächst, Indien wächst. Und da sollte man natürlich das nicht links liegen lassen, sagen wir mal so. Deswegen immer schön auch nach China schauen. Und das sind halt zwei, mittlerweile jetzt auch drei Unternehmen, die sehr, sehr interessant sind. Ich sag mal in den zyklischen, aber auch etwas konservativeren Branchen. Nicht nur Technologie. China hat nicht nur Technologie, wie wir hier sehen. Okay, auch hier schauen wir uns die Bewertung eben an. Hatten wir ja eben fast auf schon. So, auch hier schauen wir uns das Ganze an. Wir sehen auch hier einen deutlichen Rückgang. Das Ganze sehen wir hier, dass es auch ähnlich immer am Kurs sich orientiert hat, die fairen Werte. Wir können mal ein bisschen das Ganze, dann sehen wir es ein bisschen deutlicher mit dem Gewinn, wenn wir uns daran orientieren. Hier haben wir eine deutliche Überbewertung gehabt, 2014, 2015 bis hin zu 2018. Danach hatten wir eine Unterbewertung und die hält jetzt auch schon seit zwei Jahren an. So, und wenn wir jetzt das Ganze halt betrachten, dann haben wir hier natürlich ein enormes Potenzial, 55%. Wenn wir das Ganze aber konservativ rechnen und das ist natürlich eine schöne Sache, aber man sieht, dass es in den nächsten Jahren vielleicht gar nicht so schnell wieder auf den fairen Wert kommen sollte oder kommen könnte. Aber wenn sich das ungefähr eingleichen wird, zumindest erstmal in den nächsten Jahren, dann hätten wir auch hier aufs Jahr gesehen über 30%, eine Möglichkeit über 30%. Deswegen, also eine Chance ist da auf jeden Fall. Schauen wir uns mal, was das KGV hier besagt. Das KGV liegt hier ja in den letzten Jahren zwischen 7, 6, 6, mittlerweile hier bei 2 oder 4 gerade. Aber wenn wir das Ganze noch ein bisschen anheben, also wir haben hier natürlich ein enormes Potenzial. Also wenn wir hier ein bisschen, ja vielleicht sagen wir, vielleicht 4, 4er KGV, dann haben wir immer noch ein extrem hohes Potenzial. Also schauen wir mal, wenn wir natürlich hier das KGV auf den 2,5er legen und dann immer noch 11%, 11% aufs Jahr gerechnet. Also hier ist auf jeden Fall Potenzial drin und das Unternehmen finde ich auch sehr, sehr interessant, wie auch die anderen zwei. Aber was ich schon sehr, sehr lange auf meiner Watchlist habe, habe ich auch schon, glaube ich, das ein oder andere Mal im Video erzählt. Hängern, und das habe ich immer noch nicht gekauft, ist immer noch auf der Watchlist und läuft immer noch mit. Ja, ich müsste mir das mal, mir mal vornehmen, mir mal dieses Unternehmen nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und dann vielleicht doch zu investieren, weil das Unternehmen habe ich bestimmt schon seit zwei Jahren auf der Watchlist und immer wieder begleitet mich das immer wieder. Ich kopiere das in meiner App immer wieder hoch und hier hängern. Und dann vom Kurs her jetzt optimal, wir sehen hier, das ist eigentlich quasi, Hängern macht Haushalts- und Pflegeprodukte so ähnlich wie Procter & Gamble in der Art, Colgate vielleicht so in der Art, also in diesem Bereich Procter & Gamble, nur dass halt Procter & Gamble Amerika ist und Hängern China. Ja, so, das ist so in der Art und deswegen ein sehr, sehr konservativer Wert mit einer Dividendenrendite von über 5%, fast 5,4%, also für Dividendenjäger natürlich im Traum. Natürlich kommt es aus China, wie eben gesagt, Risiko besteht, aber die Leute müssen sich da auch waschen und pflegen und deswegen hängern eigentlich ein, ich sag mal, ein tolles, tolles Geschäftsfeld, konservativ. Und man sieht auch hier, die Umsätze sind am steigen, die Gewinne sind am steigen, die Dividenden werden angehoben, ich glaube, wie lange jetzt schon, seit 15 Jahren, Jahr für Jahr. Also, die Nettomarge liegt auch hier fast bei 20% und historisch gesehen haben wir hier auch eine Dividendenrendite über 5%, die es schon seit 2004 nicht mehr gegeben hat. 2004 gab es mal 4%, mittlerweile liegen wir, wie gesagt, über 5%, das ist historisch gesehen sehr, sehr hoch. Also eine Bewertung, wo sie eigentlich danach schreit, kauf mich, kauf mich jetzt endlich und ich werde es wahrscheinlich auch demnächst auch tun. So, erstmal schauen wir uns mal die Bewertung an, auch hier können wir feststellen, das Unternehmen ist fast, ja, über 40% unterbewertet. Der Fährewert liegt fast bei 10€, also 9,85€ und der Kurs, der liegt jetzt bei 5,50€. Der Kurs liegt bei 5,50€ und ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, ich hätte mit meinem Sohnemann, glaube ich, von einem Jahr, auch ein Video gemacht. Und da war auch Hengen, vollkommen, da habe ich mit ihm auch gesprochen gehabt und wir hatten damals, glaube ich, um die 6€ angesprochen, dass man da auch schon interessant wäre, das Ganze. Und mittlerweile liegen wir schon bei 5,50€ und wie gesagt, ich bekomme das immer wieder per App dann angezeigt, also mein Kurs. Ich sprach dann auf halt und sage, hier Hengen ist bei 5,50€ oder 5,70€ oder 5,40€, immer so in dem Dreh. Okay, und ja, ich habe mich immer wieder erinnert, dass ich da mal einsteigen sollte. Also, das Unternehmen wird nicht schlechter, sondern eher besser, Umsätze sind am steigen, das Unternehmen ist immer noch unterbewertet mit knapp 40% und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was ist denn hier möglich. So, an der Bewertung, wir schauen, also, das KGV liegt 31 bis, ja, zwischen 31 bis 11. Wir nehmen hier auch wirklich, in der Zukunft soll es dann ja auch ein bisschen weniger wachsen. Ich schau mal, Gewinnwachstum der letzten Jahre 5, 4, 2, hier 2020 16% sogar gewachsen, hier wieder 3%, also man kann sagen, eigentlich eher so um den Wachstum 3% und dann wäre auf jeden Fall ein 20er KGV viel zu hoch, also ein KGV von 11, 12, das ist dann schon eher realistischer. Und dann sehen wir auch schon, dass man hier ein, ja, ähnlich, Moment, so, dann sehen wir hier eine Überbewertung, enormen Überbewertung, wenn wir an den Zerber KGV rechnen, natürlich war früher mal ein KGV von 25, 20, 19, wenn wir das Ganze dann auch so lassen, wie es im Schnitt ist, dann hätten wir hier auch teilweise auch faire Bewertungen, mal unterbewertung, mal Überbewertung, so, wenn wir damit mal rechnen, aufs Gesehen, dann hätten wir hier aufs Jahr 30%, so, wenn wir jetzt ein bisschen realistischer das Ganze sehen und betrachten, wenn wir vielleicht auch ein 12er KGV annehmen, dann hätten wir hier aufs Jahr gesehen immer noch 10%, und das ist immer noch sehr, sehr fein, also mit 10% und einer persönlichen Gewinnerendite von fast 6,5% oder über 6,5% könnte es ja auch werden, dann sehe ich hier schon auf jeden Fall ein sehr, sehr konservativer Wert aus China, muss ja nicht mal Alibaba oder Tencent sein oder GD oder Byte und sowas, also man kann hier auch einfach sehr, sehr konservative Werte nehmen, wie Hengang, wie gesagt, ähnlich wie Procter & Gamble, ein sehr konservativer Wert aus China, also das Unternehmen werde ich mir auch weiterhin auf meiner Liste halten, werde ich nochmal genauer anschauen und eventuell werde ich hier in den nächsten Wochen oder Monat nochmal investieren. Ja, also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, drei geile Werte aus China, konservativ, zyklisch teilweise, aber dennoch mit viel Potenzial. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Tschüss, tschüss.